Ich habe keine Ahnung Oh, 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 oh Mist Fuck Ich glaube, ich war noch nicht einmal über das erste Viertel hinaus Ich weiß es halt nicht Das Problem ist, dieser normale Zauberstab, der bringt so gut wie gar nichts Der ist halt wirklich lusch Zeitverlangsamung wird uns auch wenig bis gar nichts bringen, denke ich Die Items verbrauche ich leider Die bleiben nicht gespeichert so wie das Dynamit Hm Ich bin gerade noch ein wenig überfragt Ich glaube Lebensenergie gibt die uns auch nicht zurück leider Das können wir jetzt nochmal ausprobieren Aber das gilt ja eigentlich auch nur dafür Wenn wir Oh fuck, 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 fuck Yo Nee, nee, nee Ich glaube, ich lasse das gleich Ich tue mir da heute kein Gefallen mit Wie gesagt, ein bisschen Progress habe ich ja jetzt wieder reingeholt Magisches Echo Sieht halt aus, als wenn uns das heilt oder ähnliches Ich glaube, ich lasse das gleiche So, ich will einmal über das erste Viertel hinaus. Okay, wir sind hier. Wenigstens ein Mini-Fortschritt. Na, komm mal her. Scheiße. Wann geht die zu Boden? Oder der? Für mich sieht das immer aus wie eine Sie. Ja, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wann die zu Boden geht. Okay, warte mal. Was wir auch noch probieren können, ist der hier. Aber der braucht auch immer lange Zeit, glaube ich, bis der aktiv wird, ne? Oh, was? Das bringt aber auch so gut wie gar nichts. Oh, fuck, ey. Wieso kann die sich denn so fies dabei drehen, ey? Die, ich sag immer die. Ich werde immer die sagen, glaube ich. Boah, was? Oh, fuck, ey. Naja, wenigstens wieder über das erste Viertel hinaus. Boah, Leute, das wird, das wird echt, das wird echt ekelhaft. Und das wird echt ekelhaft. Das wird kein Spaß. Das Einfrieren bringt aber, wenn wir ehrlich sind, nichts. Also, dieser kurze Augenblick. Oh, was? Wieso hat die mich jetzt getroffen, Mann? Oh, was ist das denn? Fuck. Ja, lass mich doch mal heilen, bitte. Heilen. Yo, und dann... Yo. Jetzt mach ich Flüchtigkeitsfehler. Mist. Wie gesagt, ich glaube... Man kann die Sachen nicht abblocken. Das Schild bringt, glaube ich, relativ wenig bis gar nicht. Also wirklich relativ wenig bis gar nichts. Die... Ja, mehr als probieren kann ich gerade nicht. Ich weiß halt auch nicht, was das bringt so wirklich. Wir können nochmal das aus Spaß jetzt reinkloppen. Immer nah dranbleiben, ist gut gesagt, aber... Ah, kacke. Jo, das trifft mich dann natürlich direkt. Vielleicht auch wirklich die ganze Zeit möglichst in Bewegung bleiben. Oh, nee, dann trifft die mich auch. Oh, fuck. Also gerade, muss ich gestehen, wirkt das Ganze für mich gerade noch gar nicht machbar. Ich bin ehrlich. Das wirkt gerade absolut nicht machbar. Es wirkt nicht machbar. Vor allem das... Da bin ich mir auch noch nicht sicher, was das bringen soll. Wozu hat man diese Fähigkeit? Wofür? Bis jetzt hat die uns noch nirgendwo was gebracht. Weil wir ja auch langsam werden dadurch. Obwohl, vielleicht ändert das diese Krone jetzt, die wir jetzt tragen. Ich glaube aber nicht. Ich kann das ja gleich mal ausprobieren. Ich kann das ja gleich mal ausprobieren. Man kann auf jeden Fall die Angriffe und so besser deuten, aber... Fuck. Oh, super. Was ich hasse ist, dass die Gegner sich grundsätzlich während eines Angriffes... Bestes Beispiel, die schlagen eigentlich nach vorne. Die sind quasi auch schon dabei, nach vorne zu schlagen. Können sich dann aber ganz spontan drehen. Und sind dann einfach stumpf direkt in die andere Richtung gerichtet. Ich weiß nicht, was uns Zeitlupe bringen soll. Außer vielleicht wirklich besser manchen Angriffen auszuweichen. Yo. Das war schon mal scheiße aus zwei Gründen. Unter anderem, weil ich mich verdrückt habe. Alter. Alter. Allein... Yo. Hä, ich hatte aber doch Ausdauer. Ich raffe es nicht. Wie gesagt, ich denke, ich lasse es auch gleich. Und werde es dann immer mal wieder probieren. Okay. Das war's. Mast. Äh, Mast, vor allem. Mist. Da, ey. Ich raffe es nicht. Der Damage ist ein bisschen übertrieben, aber auch. Endboss hin oder her. Junge, 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 Junge. Das Auerglas tausche ich auch aus, ey. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit tausche und so. Das sind so Sachen, die nerven halt einfach. Das wird uns gar nix bringen. Das mach ich jetzt ehrlich gesagt nur just for fun mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Macht aber gar nicht so wenig Schaden, ne? Oh, fuck, ey. Mist. Können wir die komplett tot schießen? Wenn wir Mana-Tränke haben? Eigentlich voll feige, aber probieren. Probieren, probieren, probieren. Ich glaub allerdings nicht, dass es klappt. Okay, tauschen wir das mal hier gegen aus. Weil theoretisch sind Tränke fast schon egal, weil zweimal getroffen werden, ist eh für'n Arsch. Schön aus der Ferne anballern. Okay, man muss aber schon auch treffen. Fuck, weg. Okay. Äh, ist noch nicht optimal, aber könnte ne Strategie sein. Könnte ne Strategie sein. Wie viel Geld haben wir? Nicht so viel, ich verliere auch die ganze Zeit. Äh, scheiße. Wir haben aber nur drei Heilungsbeeren. Ich frag mich, wird Magie auch stärker mit... Wenn wir vielleicht Chili... Probieren, warte mal. Einmal kann man's ja probieren. Könnte ne Strategie sein, ey. Einfach die ganze Zeit schießen, aber das muss dann halt auch möglichst treffen. Und da hab ich jetzt gerade A und A gedrückt. Dabei muss ich hier ja gedrückt halten. Dieses feige Anschießen könnte ne Option sein. So, warte mal. So, warte mal. Oh. Oh, weg. Oh, weg. Fuck. Nee, das... Äh, ja, doch. Das bedarf Übung auf jeden Fall. Hä? Oh, fuck. Hä? Okay, wow. Der trifft... Junge, das meine ich. Diese Drehung vom Gegner, die treffen dich trotzdem. Das ist so fies eigentlich. Okay. Letzter Versuch für heute. Ah ja, die Schilly kann ich, by the way, wegräumen. Die bringt uns nämlich gar nichts. Eventuell können wir den Gegner hiermit noch ins Taumeln bringen oder so, indem wir den dann ranziehen oder versuchen ranzuziehen. Müsste man ausprobieren. Ja, na klar. Oh, fuck, oh. Jetzt mache ich aber auch richtig dumme Fehler. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Trinken ist dann auch nicht erlaubt. Fuck. Aber wie gesagt, die Strategie ist eventuell gar nicht so schlecht. Also alles in allen. Ach komm, einmal noch, einmal noch, einmal noch, einmal noch. Man kennt das. Dieses typische Eimer noch. Ich sage ja, es ist schade, dass man nicht im Vorfeld einfach sich die Sachen reinboosten kann. Oh, fuck. Ich vergesse immer, dass mich das, wenn ich normal renne, trifft. Oh, fuck. Das hat mich voll erwischt. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Trink doch. Oh, was? Die Kombi... Yo. Oh, Mann. Jetzt habe ich mich nur auf die Wellen fokussiert. Oh, Gott, das wird so ein Scheißkampf. Ich wünsche, der Zauberstab würde mehr Schaden machen. Ein bisschen wenigstens. Frank, ich dachte, du wolltest nicht mehr. Ja, ihr kennt das. Ihr kennt das doch. Wenn man erstmal einmal angestachelt ist... Wenn man erstmal einmal angestachelt ist, dann... ...möchte man halt auch weitermachen. Guck mal, ja, hier. Fuck. Das hätte mich nicht erwischen dürfen. Mist, jetzt muss ich erstmal... Yo. Ich vergesse im... Ich vergesse jedes Mal, dass ich dabei porten muss. Jedes Mal. Ja, genau. Der Angriff kommt meistens danach. Ich Idiot. Ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse es jedes Mal. Die trifft mich immer, wenn ich in dem Moment nicht diesen Beam benutze, sondern einfach laufe. Im Laufen trifft die mich damit immer. Boah, das wird echt ein fieser Kampf, Mann. Okay, wenn die zu weit weg ist, ist es halt auch kacke für mich. Und ich muss auch ganz genau auf sie achten. Was sie macht. Oder er. Oder mir... Wie gesagt, eigentlich ist mir das Geschlecht... Ich sag es noch. Ich muss da ausweichen, Mann. Mist. Mist. Okay, jetzt wirklich ein letztes Mal. Und dann lasse ich es für heute. Weil... Das altbekannte, ich will mir das Spiel nicht kaputt machen. Und ich muss mehr Wert darauf setzen, dass die Treffer auch treffen. Ich verschute halt auch zu viel. Jetzt zum Beispiel. Dann weg. Und dann weg. Äh. Äh. Äh, ich hab... Äh, manchmal raffe ich es auch nicht. Da. Ich raffe es manchmal auch nicht. Ich hasse es. Die Gegner können immer alles. Die können im Drehen einfach weiter angreifen, was wir nicht können. Die können einfach ultimativ weiter auf einen zu-chargen. Boah. Während man nur so einen langsamen Popelangriff hat. Ich weiß auch nicht, ob man... Das parrying kann beim Boss. Ich dachte, das war das letzte Mal. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Das letzte Mal hin oder her. Ja. Ja. Mann, ey. Das ist halt auch so blöd. Du kannst nicht ausweichen mehr dann, ey. Wenn die erstmal... ...in ihrem Charge sind oder ähnliches. Ja. Ja. Ne, das war es. Das war es für heute. Weil jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sonst so langsam angry werde. Und das musste ich sagen. Wie gesagt, ich werde es einfach probieren. Das wird noch lange dauern. Aber, meine lieben Tobonachis, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank für die, die wirklich mitfiebern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Session von Tunic. Bis dahin aber, ciao, ciao und bleibt gesund.